Hallo! Ja, bei der Raumdiagonale haben wir jetzt erstmal kennengelernt, wie wir mithilfe von Pythagoras im Raum Längen berechnen können. Wir suchen uns nämlich ein rechtwinkliges Dreieck, da kann man immer wieder welche finden und dann berechnen wir bestimmte Seiten. Man muss halt immer aufpassen, dass man den Verzerrungswinkel mit einberechnet, dass man eben auch den 90 Grad Winkel entdeckt und den entdeckt man nur, wenn man es sich vorstellen kann. Heute geht es nicht um die Raumdiagonale, die kennen wir schon, heute geht es um die Seitenkante S und die Seitenflächenhöhe HS. Das sind beides neue Begriffe, wir werden jetzt nicht gleich wissen, was das ist, wir werden uns da herannähern. Als erstes müsst ihr diese Aufgabe zeichnen. Wir haben eine Pyramide mit rechtegiger Grundfläche, drei Seiten sind gegeben, also wir haben ein Quader und die Verzerrungsfaktor ist 0,5 und der Verzerrungswinkel ist 60 Grad, AB Schrägbildachse und S ist senkrecht über M. M ist der Schnittpunkt der Diagonalen, also wenn ihr das Rechteck gezeichnet habt, dann bitte die beiden Diagonalen einzeichnen und dort, wo sich die beiden Diagonalen schneiden, dort ist der Mittelpunkt M und dort ist der Punkt S senkrecht drüber. Ihr seht dieses Pausezeichen, bitte jetzt auf Pause drücken und dann geht es gleich weiter. 5, 4, 3, 2, 1. So sollte das Ganze ausschauen, ihr solltet es auch hoffentlich selber gemacht haben. Hier sehen wir jetzt die Verkürzung um 1,25, wem das hier auffällt, original sind es 1,25, also hier wie in der Zeichnung, aber so wie es eigentlich im Raum sein sollte, sind es 2,5. Ich zeichne das immer so ein, wie lang diese Strecke dann auf dem Papier sein sollte, nicht wie in Wirklichkeit. Da muss man sich auch wieder vorstellen können, dass das dann eigentlich 2,5 cm sind. Ich habe diese Seite S jetzt schon mal eingezeichnet, das hier nämlich diese Strecke AS, das ist die Seitenkante, klein S, soll ein kleines S sein. Diese Seitenkante AS, die gibt es natürlich auch noch woanders als BS, die ist genauso lang, CS ist genauso lang, DS ist genauso lang. Denn dieser Punkt S ist über der Mitte der Pyramide, über dem Mittelpunkt der Grundfläche und damit sind natürlich alle Strecken von diesem Punkt S zu den Eckpunkten gleich lang. Also es ist völlig wurscht, welches S, ich bestimme ob das, ob das, ob das, ob das. Selbst das muss ich aber vorher mir überlegen, könnte ja auch mal sein, dass der Punkt S über A liegt, dann haben wir so eine schräge Pyramide. Dann müssen wir natürlich anders denken. Momentan liegt es über der Mitte, das heißt, ich kann jede dieser Strecken berechnen. Ich suche mir ein rechtwinkliges Dreieck und da haben wir jetzt schon die erste Schwierigkeit, es sieht nicht immer nach rechten Winkel aus. Ist ganz klar, hier ist es verzerrt worden. Aber ich kann mir das ja vorstellen, wie das in dem Raum auszusehen hat und ich habe jetzt hier ein rechtwinkliges Dreieck. Hier kann ich den Pythagoras aufstellen, also diese Seite S², ist ja Hypotenuse, liegt dem 90 Grad Winkel gegenüber und die ist AM² plus MS². Problem dabei ist, MS habe ich, aber ich habe AM nicht. Ich habe nicht mal AC, weil sonst könnte ich sagen, die Hälfte von AC ist AM. Also wenn ich die Strecke AC hätte, müsste ich die mal 0,5 nehmen und dann hätte ich die Strecke AM. Aber die Strecke AC kann ich berechnen, denn das ist nichts anderes als die Flächendiagonale. Und dafür kennen wir ja eine Formel. Wir müssen nur die beiden Seiten ins Quadrat nehmen und dann die Wurzel draus nehmen. Oder wir suchen uns wieder ein rechtwinkliges Dreieck ABC. Hier ist ja eigentlich mal ein rechter Winkel gewesen. Dann ist die Seite zum Quadrat und die Seite zum Quadrat gleich der Seite zum Quadrat. Und damit ist AC die Wurzel aus, so habe ich es ja gerade diktiert, aus eben 5 zum Quadrat und 2,5 zum Quadrat. Aufpassen, nicht 1,25, das ist nur die Zeichnung. Jetzt habe ich meine Seite AC 5,59 und jetzt habe ich tatsächlich alle Längen in diesem Dreieck, in diesem Rechtwinklig, wo die Seite S drin liegt. AM ist jetzt die Hälfte von 5,59, nämlich 2,80 plus 3 zum Quadrat. Das ist die Höhe, die wir hier haben. Also können wir die Seitenkante S berechnen. 4,10 cm sind beides meine Rundungswerte, was wir hier haben. Das war jetzt die Bestimmung von S. Als nächstes kommt die Strecke HS, nämlich die Seitenflächenhöhe. Die geht hier senkrecht runter auf die Seite. Und den Punkt habe ich jetzt einfach F genannt. Die gleiche Seite gibt es natürlich auch hier, von S hier runter zur Mitte von AD. Selbst das ist gleich lang. Aufpassen, von S hier runter zur Seite AB, das wäre eine andere Streckenlänge. Da hätten wir andere Größen und müssten das anders berechnen. Also hier in dem Fall die Seite HS gibt es hier und hier. Und auf der anderen beiden hier gibt es auch zwei Seiten, die sind aber nicht gleich groß. Eure Aufgabe ist, dieses HS jetzt zu berechnen. Ich habe euch schon das rechtwinklige Dreieck eingezeichnet. Ihr müsst nur mit den Größen, die wir bisher gegeben oder berechnet haben, jetzt versuchen, diese Strecke HS mit Hilfe des Pythagoras zu berechnen. Bitte jetzt auf Pause drücken. Es geht weiter in 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ja, HS, die Strecke MS ist klar. Diese Kathete hier sind 3, also 3 zum Quadrat. Die Frage ist nach MF. Da werden jetzt manche wahrscheinlich nicht drauf gekommen sein. Aber das ist doch eine Parallele zu AB und auch noch gleich lang. Ja, es ist quasi genauso lang wie DC und genauso lang wie AB. also genau 5 cm und dann wieder die Hälfte davon, weil es ja bloß bis zum Punkt M, also bis zur Mitte geht. Damit ist diese Strecke MF 2,5 Quadrat. Und wenn ich, also im Pythagoras dann. Also muss ich die beiden Katheten 2,5 Quadrat plus 3 Quadrat zusammenzählen, die Wurzel ziehen und ich erhalte HS mit 3,91. Alles recht einfach. Ich muss mir das Ganze nur mal vorstellen. Ich muss mir rechtwinklige Dreiecke suchen und dann kann ich quasi beliebig jede Streckenlänge hier berechnen, solange ich genügend Größen gegeben habe. Das Wichtigste dabei ist, immer rechtwinklige Dreiecke suchen. Und Vorsicht, nicht immer ist das, was rechtwinklig angezeigt wird, auch rechtwinklig. Und manchmal sind Dreiecke, die nicht rechtwinklig ausschauen, trotzdem rechtwinklig. Wie hier dieses rosafarbene Dreieck. Wie hier dieses rosafarbene Dreieck.